Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man solche Rasenkantensteine setzen kann ohne Beton und somit natürlich auch eine Mähkante aus Mähsteinen richtig verlegen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte in meinem Fall mal so eine saubere Rasenkante herstellen und hierfür könnte ich übrigens auch einfach solche Pflastersteine verwenden. Und ich habe mich aber bewusst jetzt gegen Beton entschieden, sondern einfach Splitter runter gegeben. Das hat nämlich den Vorteil, dass mein Wasser hier super versickern kann, bedeutet ich habe kein stehendes Wasser, wo mein Holz relativ schnell gammeln wird. Und vor allem kann ich den Sandkasten in ein paar Jahren auch einfach wieder abbauen und muss hier nicht ewig viel Beton entfernen. Zuerst mal sollten wir uns am besten mit einem Spaten eingraben, an der entsprechenden Stelle graben. In meinem Fall würde ich das Ganze circa 10 cm tief machen, da meine Mähsteine 5 cm dick sind und ich darunter noch einmal circa 5 cm Splitt einfüllen werde. Und von der Breite her sollten meine circa 20 cm von dem Spaten hier vollkommen ausreichen. Für die richtige Flucht können wir jetzt entweder übrigens unsere Mähsteine einfach schon mal direkt daneben legen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn das Ganze nicht gerade verlaufen sollte. Oder wir könnten uns natürlich auch, wie im extra Video gezeigt, eine Richtschnur dementsprechend spannen. Danach die Erde schon mal grob verteilen, dass sie natürlich auch überall relativ gerade ist und am besten einmal einfach eine Wasserwaage drüber legen. Und wir können mit einem Meterstab super nachkontrollieren, ob wir unsere 10 cm jetzt überall ungefähr haben. Und wenn das dann passen sollte, dann am besten mal noch einen Handstampfer zur Hand nehmen. Oder wir könnten im Notfall auch einfach einen Pflasterstein zum Beispiel nehmen und den hier unten ordentlich reinhauen. Dass einfach der Boden nochmal vor allem gerade wird und natürlich auch ordentlich verdichtet wird, dass sich da über die Jahre natürlich auch nichts setzen kann. Der Untergrund ist richtig vorbereitet und wenn du jetzt eine sehr lange, gerade Strecke hast, dann wie gesagt am besten mal noch eine Richtschnur darüber spannen, an der wir uns einfach orientieren können, wo die Mähsteine danach hinkommen. Bei so kurzen Strecken oder wenn das Ganze irgendwie wellig ist, können wir dann aber auch schon unseren Splitter mal dementsprechend in den Graben hineingeben. Danach mit unserer Kelle wieder ordentlich verteilen und natürlich auch regelmäßig mit unserem Meterstab kontrollieren. Noch als kleiner Tipp einer Rasen-Neuansaat. Ich habe mit Absicht das Ganze jetzt nicht 5 cm, sondern nur 3 cm tief gemacht. Das hat einfach den Sinn, dass meine Mähkante danach ca. 2 cm über den Rasen drüber steht. Denn neuer Rasen, der bildet ja auch wieder Wurzeln und über die Jahre hebt sich dann durch die Wurzeln der Rasen noch einmal etwas nach oben. Wenn es dann aber passt, wie gezeigt, die Mähkante einfach auf unser Splittbett drauflegen und dann am besten mal die Wasserwaage zur Hand nehmen. Von beiden Seiten einmal kontrollieren und dementsprechend, beziehungsweise natürlich nach unserem Rasenniveau hier, können wir das Ganze auch noch mit einem Gummihammer etwas in die richtige Richtung klopfen. Falls du übrigens irgendwo mal etwas zu wenig Splitt hast, dann am besten die Mähkante einfach wieder rausnehmen, etwas Splitt hier verteilen, natürlich noch leicht glatt streichen und wir können die Mähkante wieder richtig ausrichten. Zum Schneiden von solchen Mähsteinen haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir kürzen das Ganze wie bei mir hier wirklich im 90 Grad Winkel, da habe ich die Steine davor nämlich ausgebaut gehabt und dann einfach mal mit einem Winkel dementsprechend auf beiden Seiten angezeichnet, dass wir natürlich diese Rundung nicht mehr haben und danach einfach mit einer Trennscheibe für Stein und einem Winkelschleifer gekürzt. Doch dafür habe ich natürlich auch schon ein spezielles Video auf dem Kanal und die zweite Möglichkeit, die wäre, dass wir das Ganze auf Gärung schneiden. Bedeutet hier im 45 Grad Winkel eine Markierung machen und dann beide Steine dementsprechend zuschneiden. Noch als Hinweis, ich persönlich würde anstatt Splitt auf keinen Fall Sand oder Erde verwenden, da diese relativ gerne von Ameisen dann untergraben werden und über die Jahre natürlich auch nicht mehr gerade verlaufen werden. Und wenn am Ende die Rasenmähkanten gesetzt sind, hast du ja außen noch einen kleinen Spalt über, da kannst du einfach wieder Erde hineingeben. Am besten noch etwas verdichten, dass diese Mähsteine auch nicht mehr hin und her rutschen können und ich denke, du kannst selber recht gut sehen, dass das Ganze am Ende wieder super mit Rasen zuwächst. Und somit haben wir auch schon solche Rasenmähkanten richtig verlegt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Gummihammer, eine Wasserwaage oder natürlich auch seine Richtschnur hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.